Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Drowney und ich heiße euch jetzt Willkommen mal wieder zu einem Status-Update. Meinerseits hat sich einiges doch schon ein bisschen verändert in der Welt von WoW. Erstmal ein paar Sachen bei mir. Ich habe immer noch so ein bisschen, ja, Zeit ist knapp durch die Schulung, kommen immer Sachen dazwischen, das heißt, ich habe dann abends nicht so extrem viel Zeit. Kender hat sich so leider nur bedingt geändert, aber bisher komme ich ja eigentlich hinterher, weil sich ein bisschen ändern soll. Dann wurde ich jetzt schon mehrmals angefragt bezüglich meines Interfaces und meine Add-ons, die ich benutze. Ja, kann ich machen, also ich werde mich da mal ran machen. Hier, ich benutze sehr viel Weak Hours. So sieht Weak Hours bei mir aus. Mal so ein kleiner Überblick. Erkläre ich dann einfach noch, was das alles ist, wie das aussieht und so weiter. Warum kann ich da mal machen? Also, da mache ich mich mal ran. Dann, ja, ich selbst überlege ein Retro-Let's Play nebenbei zu machen, was ich dann aufnehme und hochlade, wenn ich halt Zeit und Lust habe. Jetzt nicht regelmäßig so hier alle drei, vier Tage, sondern vielleicht jede Woche mal, vielleicht mal zweimal die Woche, vielleicht auch mal nach zwei Wochen erst, je nachdem. Da bin ich am Überlegen. Bezieht sich auf den Super Nintendo, also SNES, Super Nintendo Entertainment System. Super, war sehr viele schöne Erinnerungen aus meiner Kitheid. Ähm, ja, also, da habe ich schon eine Idee. Wenn ihr Spiele, ne, könnt ihr mal reinschreiben. Vielleicht habt ihr Ideen. Ich habe da selber schon ein paar Ideen im Kopf, aber schreibt mir da rein, was ich spielen soll. Ja, vielleicht kommt hier was Tolles raus. Ja, WoW-Technik gut. Patch 6.2.3 ist ja live. Ähm, die Redre-Buffs natürlich auch. Toll. Äh, ist zwar mehr PVE gewesen, aber das spielt hier keine Rolle. Macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Macht auch, ne, ist halt schön, wenn ein bisschen mehr Schaden macht, ne. Freut man sich eigentlich immer. Auch wenn es Grundprobleme nicht behebt, aber es hilft dann natürlich trotzdem. Ja, und natürlich die Beta-Infos. Also, die Beta hat offiziell jetzt noch nicht gestartet. Also, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme. Ähm, vielleicht, bis es veröffentlicht ist, hat sich das vielleicht schon erledigt, aber bisher gibt es ja nur, äh, gibt es halt lediglich mal, äh, ja, Patch-Nodes, die, ähm, äh, datamined wurden von MMO und WoW-Head. Keine offiziellen Bestätigung, keine offiziellen Nodes. Also, alles mit Vorsicht genießen und Ruhe bewahren. Das Schlimmste ist, wenn die Leute jetzt anfangen hysterisch zu werden und so weiter. Allein, wenn man bei, äh, WoW-Head guckt, also ich hab, als die Daten heute, glaub ich, rauskamen, ja, doch heute was, ähm, beziehungsweise als ich sie heute gesehen hab, vielleicht kamen ein paar Stunden vorher dann raus, äh, vieles nur irgendwie durcheinander zusammengewürfelt. Und, ähm, ähm, es gab auch ein Statement von, ähm, Celestalon auf Twitter, dass man, äh, natürlich klar, ein bisschen vorsichtig sein muss, äh, und auch zu unserer Information, dass dort viele Sachen dabei sind, wo sie, ähm, ja, ich hab den genauen Wortel nicht mehr in Erinnerung, aber man soll halt, äh, äh, ähm, ja, ein bisschen vorsichtig sein, weil das sind viele Sachen, so Gedankengänge, äh, so Sachen, was sie überlegen sind, was sie machen und so weiter. Ich, mir fällt jetzt leider aus dem Stehgreif auch kein Beispiel ein. Also, grundsätzlich, sie probieren viel, ähm, ah doch, ja, es ist zum Beispiel, gibt ne, äh, gibt ne, 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 ne Fähigkeit, oder, ich glaub, ne Fähigkeit ist es, Was zum Beispiel, wenn beim Retri-Paladin in der Gruppe oder im Raid ein Mitspieler stirbt, bekommt der Retri einen Buff, dass er 100% mehr Schaden macht und er hält 10 Sekunden an. Jetzt ist halt die Frage, wie, ja, wenn man im BG sein sollte, kann man davon ausgehen, dass das Ding, so wie es da steht, zum Beispiel, ja, gefühlt dauerhaft aktiv ist. Also, aber die Idee ist geil, muss man fairerweise sagen, aber ich finde sie geil und viele andere auch, aber Vorsicht und ruhig bleiben. Die Beta hat ja offiziell noch nicht mal angefangen, also nicht durchdrehen, ein bisschen spekulieren natürlich, aber auch im Rahmen. Dazu kriegt er gleich zwei Links, und zwar für die Beiträge im offiziellen Forum, einmal für den Retri speziell und dann für den Paladin eingemein. Und da kann man dann zum Beispiel auf Deutsch in der Ruhe weiter diskutieren, klar auf MMO, WoW-Head, sonst wo geht das überall weiter. Aber wie gesagt, einfach mal Ruhe bewahren und da nicht irgendwie groß am Rad drehen. Das ist so Quatsch. Ich habe bei den anderen nicht reingeguckt, also bei den anderen Klassen, ich habe keine Ahnung, was da so drinsteht. Da stehen natürlich auch coole neue Sachen drin, also man muss abwarten. Offiziell, wie gesagt, hat die Beta ja noch gar nicht angefangen. Ja, das war dann jetzt auch ein relativ kurzes Status-Update. Mal so ein paar Sachen, wenn natürlich was sein soll, wie immer ab damit in die Kommentare oder auf Twitter. Und ansonsten sage ich mir immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, tschüss. 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 Vielen Dank.